Wir müssen diese Terme berechnen und so weit wie möglich vereinfachen. Noch ein Hinweis zum Film. Wenn ihr zum Beispiel nur die vier Zeilen erklärt haben wollt, dann könnt ihr mit Hilfe der Kapitel auf YouTube direkt zu dieser Stelle des Films hüpfen. Fangen wir mit der ersten Zeile an. Wir müssen den Bruch so weit wie möglich kürzen. 180 und 525 gehen beide durch 5. Es bleibt oben 36 und unten 105. Diese Zahlen gehen beide noch durch 3. Es bleibt oben ein 12 und unten ein 35 übrig. 12,35 ist das vollständig kürzeste Resultat von diesem Bruch. Schauen wir uns die zweite Zeile an. Hier geht es um die Addition und die Multiplikation von Brüchen. Rechnen wir zuerst die Klammern aus. Das 2 schreiben wir auch als Bruch. Das gibt zwei Eintel. Jetzt müssen wir die beiden Brüchen in der Klammer gleichnamig machen. Das KGV von 16 und 1 ist 16. Wir schreiben also zwei Eintel auch als Sechzehntel. Von 1 auf 16 haben wir mit 16 multipliziert. Das müssen wir jetzt auch mit dem Zähler machen. 32,16 ist das Resultat. Jetzt kann man die Brüche in der Klammer zu 33,16 zusammenzählen. Bevor wir jetzt einfach drauf losmultiplizieren, kürzen wir diese Brüche über das Kreuz miteinander. 33 und 3 gehen beide durch 3. Es bleibt oben 11 und unten ein 1 übrig. Und 16 und 16 gehen beide durch 16. Es bleibt oben und unten also ein 1 übrig. Jetzt dürfen wir Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multiplizieren. Das gibt 11 Eintel. Das schreiben wir einfacher als 11. Damit haben wir das Resultat der zweiten Zeile gefunden. In der dritten Zeile geht es um die Division von Brüchen. Wenn man Brüchen dividiert, dann wandelt man die Rechnung in eine Multiplikation um. Dafür kehren wir den zweiten Bruch um. Die neue Rechnung lautet also 1 Achtel mal 16 Füftel. Bevor wir jetzt einfach drauf losmultiplizieren, kürzen wir die Brüche über das Kreuz miteinander. 8 und 16 gehen beide durch 8. Es bleibt unten S1 und oben S2 übrig. Jetzt dürfen wir Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multiplizieren und haben damit die Lösung der dritten Zeile gefunden. In der vierten Zeile haben wir einen Bruch und Variablen. Wir wandeln den Term 3y² zuerst auch in einen Bruch um. Bevor wir jetzt einfach drauf losmultiplizieren, kürzen wir die Brüche über das Kreuz. 6 und 3 gehen beide hier 3. Es bleibt unten ein 2 und oben ein 1 übrig. Und y und y² können wir mit y kürzen. Unnen fällt das y ganz weg und oben bleibt 1y übrig. Jetzt kann man Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multiplizieren. 5xy zweitel oder 5 zweitel mal xy ist das Resultat dieser Rechnung. In den nächsten Zeilen geht es um das Vereinfachen eines Klammerausdrucks. Wir lösen die Klammern von innen nach aussen auf. 1 minus 3 gibt minus 2. Minus 2 im Quadrat gibt plus 4, weil minus mal minus plus gibt. Minus 2 plus 4 plus 5 gibt vereinfacht 7. Und minus 3 mal 7 gibt minus 21. Damit haben wir das Resultat dieser Zeile gefunden. Auch in der sechsten Zeile müssen wir den Term berechnen und den so weit wie möglich vereifachen. Wenn wir die Rechnung genau anschauen, stellen wir fest, dass sich hier ein Binom versteckt hat. Wir haben euch hier die binomischen Formeln zur Erinnerung nochmal aufgeschrieben. Es handelt sich also bei unserem Binom um die zweite binomische Formel. c² minus 2cd plus d² ist die Umformung dieses Binom. c² minus c² fällt weg und minus 2cd minus 4cd gibt minus 6cd. Wenn ihr seht, könnt ihr am Schluss auch noch ein d ausklammern. In den zweitletzten Zeilen müssen wir auch wieder einen Klammerausdruck berechnen und vereinfachen. Zuerst lösen wir die Klammern auf. Aufpassen müssen wir hier vor allem auf die erste Klammer. Weil es vor dieser Klammer ein Minus hat, wird aus dem Minus y ein Plus y. Jetzt kann man die x und die y noch zusammenfassen. Auch da sind zwei Darstellungsformen des Resultats möglich. In den letzten Zeilen geht es um das Ausmultiplizieren und Vereinfachen eines Klammerausdrucks. Beim Ausmultiplizieren muss man darauf achten, dass man immer alle Terme der einen Klammer mit allen Termen der anderen Klammer multiplizieren. 2x mal 3 gibt 6x und 2x mal 2x gibt 4x². Und minus 3 mal 3 gibt minus 9 und minus 3 mal 2x gibt minus 6x. 6x und minus 6x fallen weg. Es bleibt somit 4x² minus 9 übrig. Damit haben wir auch das letzte Resultat dieser Aufgabe gefunden. Weitere Aufgaben findet ihr auf www.bruck.ch 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 Untertitelung des ZDF, 2020